Und weil ich schlau bin, das geile bei den Containern ist nämlich, ich habe jetzt immer noch, immer noch mal was frei. Was habe ich da jetzt gemacht? Stimmt das? Habe ich das richtig verbunden? Ja, so und jetzt kann sich die Kohle hier erst mal ein bisschen sammeln. Gut. Jetzt haben wir Strom. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich jetzt weiter? Warte. Da brauche ich Kupfer. Hier brauche ich Kupfer. Genau, war hier. Vielleicht auch zufällig irgendwo Kupfer. Okay, also Kupfer ist richtig weit weg von hier. Da bin ich mit dem Kupfer vor der Höhle besser dran. Das ist ja irgendwo hier oder so. Aber es wäre doch eigentlich, es wäre doch eigentlich auch ganz schlau, wenn ich sage, pass auf, ähm, diesen ganzen Atomkram, Zeug transportieren wir jetzt auch mit Drohnen durch die Gegend. So. Für Drohnen brauche ich Batterien. Für Batterien brauche ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aluramen, Schwefelöl, also Schwefelsäure meine ich, Schwefelsäure, Aluramen und eventuell Bauxit. Also Bauxit für Aluramen auf jeden Fall. Schwefelsäure, Aluramen, Aluoxid-Lösung, genau dafür brauche ich Bauxit und das hier. Und damit ich das bauen kann, brauche ich wieder Schrott und Quarz. Gut, das wird ja jetzt hier alles. Habe ich hier irgendwo, habe ich hier irgendwo noch mal Quarz? In der Nähe vielleicht? Okay, nicht wirklich. Ich bin ein bisschen verwundert. Ah so, okay. Okay. Kann ich die Stelle, an der ich hier gerade bin, auf der Karte wiederfinden gerade? Nee. Was kann ich tun, damit ich sie wiederfinde? Damit das auf der Map angezeigt wird? Vielleicht eine Kiste hinstellen? Ist das eine Idee? Falsch. Ähm. Vielleicht hier so eine persönliche... Ach, geht wieder nicht. Dafür brauche ich wieder... Was kann ich denn bauen, das mir... Das mir zeigt, ey... Da war es schon. Vielleicht ein Fahrzeug? Na ja, gut. Was habe ich auch erwartet? Was habe ich auch erwartet? Okay. Na, aber wir haben hier zumindest schon mal funktionierenden Strom. Ja, und ich habe auch noch gut übrig. Das heißt... Dieses Stromnetz kann ich jetzt bis zu der Stelle ausweiten, an der ich dann... zum Beispiel Drohnen irgendwo hinstelle. Also es wäre... Ich denke... Ich denke mir... Eine Überlegung, die ich jetzt... Die ich jetzt, ähm... In meinem Kopf habe, ist... Ich brauche noch mal so einen Drohnenlandeplatz. In der Nähe des Kraftwerks. Auf der anderen Seite der... Höhle. Also... Hier so. Na, wir erinnern uns. Hier bin ich in die Höhle reingegangen. Dann führt mich das um die Höhle herum. Und dann komme ich irgendwo hier raus. Oder da. Ich glaube... Ich glaube sogar hier. Und dann habe ich hier das Wasser für das Kraftwerk. Das Atomkraftwerk. Das irgendwo hier unter diesem... Berg liegt. Ähm... So, wenn ich jetzt also hier vor... Oder meinetwegen da... Was weiß ich... Einen Drohnenlandeplatz hinpacke, an dem... Wieder Batterien gelagert werden. Oder sogar produziert werden. So wie bei meinem Drohnenplatz an der Basis. Ich glaube... Ja, hier. Dann könnte ich... Ähm... Dann könnte ich... Alle Drohnen... Also ich könnte dann überall nochmal Drohnenlandeplätze verteilen. Wie zum Beispiel hier irgendwo war... Nochmal Quarz. Und irgendwo war nochmal Kohle und so. Und das dann alles immer zu diesem einen transportieren lasse. An dem Batterien transportiert werden. Und dafür sorgt, dass jede Drohne Batterien wieder mitnimmt. Dann kann ich dafür sorgen, dass alles am Laufen bleibt. Und... Ich habe alle Teile da, wo ich sie... Wo ich sie brauche. Was ist denn das hier? Navigiere zu. Nehmen wir mal 289 289 Komma... Komma... Ja, sagen wir mal so 1366. Da ist der Punkt. Aber das Navigieren hat ja nicht so gut geklappt. Navigier doch. Okay, also... Wie gesagt, das wäre eine Idee. Die... Die...